Mein Name ist Jörg Spitz, ich bin Professor für Nuklearmedizin und habe gerade eine Woche Jörg Frommann überlebt, wobei das nicht so sicher war, dass das so sein würde, weil ich als Schulmediziner muss ich gestehen, so gut wie nichts von dem mitbekommen habe, was da oben in meinem Popöchen abläuft. Und ich muss sagen, es war eine sehr schöne Zeit, eine sehr gute Zeit. Jörg hat ein enormes Wissen im Laufe der Zeit zusammengetragen, auf diesem speziellen Gebiet, aber nicht nur, auch in die anderen Grenzbereiche mit hinein. Und ich kann nur sagen, ich habe mich gut aufgehoben gefühlt und kann nur empfehlen, dieses nachzumachen. Vielen Dank.